Hast du dich schon einmal gefragt, was in der Zukunft kommen wird? Das ist eine ganz wichtige Frage, die mir so richtig unter den Nägeln brennt. Die Bibel hat viele Voraussagen, wo wir genau sehen können, dass sie eingetroffen sind. Gott hat schon vor vielen Zeiten gesagt, was kommen wird. Die erfüllte Prophetie der Bibel beweist, dass es einen Gott gibt, der alles weiß. Auch die Zukunft. Bezeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sagt uns, was in der Zukunft kommen wird. Zeigt uns, was Gott in dieser Welt mit uns vorhat. Und stärkt unser Vertrauen zu Gott. In Jesaja 46, Vers 9 und 10 heißt es, ich bin der Einzige, wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich an, was die Zukunft bringt. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Gott weiß, was kommt und er sagt es uns voraus. In dem Buch Daniel aus der Bibel finden wir eine fantastische Voraussage, wo Gott die ganze Weltgeschichte von früher bis heute und darüber hinaus, was noch kommen wird, vorausgesagt hat. Damals war Nebuchadnezzar, der Herrscher von dem Neubabylonischen Reich, das war ungefähr im Jahr so 600 vor Christus, er hat einen Traum gehabt. In Daniel 2, 29 heißt es, Also Nebuchadnezzar hat am Abend vorher so nachgedacht, Was wird kommen, wenn ich mal gestorben bin? Wie wird es weitergehen mit meinem Reich, was ich habe aufgebaut? Und Gott hat ihm in der Nacht durch einen Traum geantwortet. Er hat seine Weisen und Wahrsager kommen lassen, die ihm den Traum sagen und auch deuten sollten. Sie konnten es nicht. Aber schließlich hat Daniel, Gottes Prophet, ihm diesen Traum sagen können. Daniel kam vor den König und er hat ihm dann genau gesagt, was er geträumt hat, was es zu bedeuten hat. Wir lesen in Daniel 2, Versen 31 bis 35. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das saßt du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, das von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das war der Traum. Eine Statue hat er gesehen. Ein Standbild mit verschiedenen Metallen. Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Eisen und Ton. Wir fragen uns jetzt, was hat das zu bedeuten? Manchmal haben wir in der Bibel Prophezeiungen in Symbolen ausgedrückt, die sind sehr schwierig auszulegen und zu verstehen. Aber hier ist es ganz einfach. Warum? Weil die Bedeutung gleich dabei steht. Nämlich der Daniel hat selbst im König gesagt, was diese verschiedenen Metalle zu bedeuten haben. Wir lesen weiter, Daniel 2, Vers 36 bis 44. Dort heißt es, das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zerschmalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird das auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens härter daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Das war die Erklärung von Daniel. Er sagt, die verschiedenen Metalle, die verschiedenen Körperteile sind verschiedene Königreiche, Weltreiche, die auf diese Erde kommen werden. Und er fängt gleich an und sagt, das Erste, das goldene Haupt, bist du König. Das Reich Babylon. Danach kommt das nächste Reich. Wir wissen aus der Geschichte, nach Babylon kam Medo-Persien. Und dann das dritte Reich, sagt er, das aus Kupfer ist, das dritte Reich, was nach Medo-Persien kam, war Griechenland. Alexander der Große, der sehr viel erreicht hat, in kurzer Zeit die ganze Welt erobert hat. Und so kam es genau so, wie Gott es vorausgesagt hat, dass die verschiedenen Reiche gekommen sind. Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Und das vierte Reich, sagt er, wird hart sein wie Eisen. Und das römische Reich war wirklich, wie Gott es gesagt hat, hart wie Eisen. Sie haben die anderen Völker unterdrückt, auf Galeren verbannt. Sie haben die Menschen gekreuzigt. Sie haben viele Völker grausam behandelt. Und genau zu dieser Zeit war es auch, dass Jesus Christus auf diese Welt kam, dass er hier gelebt hat, für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Aber jetzt ist es interessant. Gott sagt über den Daniel, es werden vier Reiche kommen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und danach kommt kein Weltreich mehr. Danach gibt es nur noch Eisen und Ton gemischt. Das heißt, ein zerteiltes Reich. Das bedeutet, dass wir nach dem römischen Reich, was im 5. Jahrhundert zu Ende ging, kein Weltreich mehr haben. Und genau so war es auch. Verschiedene große Feldherren haben versucht, ein neues Weltreich aufzubauen. Karl der Große, Napoleon, Hitler und so weiter. Aber Gott sagt, es kommt keins mehr. Hier haben wir nur die Situation, dass es starke und schwache Reiche gibt. Und auch, dass Ton dazu kommt. Ein vollkommen neues Material. Das heißt, dass wir im Mittelalter hier die Situation hatten, dass Kirche und Staat um die Macht gekämpft haben. Und die Kirche im Mittelalter sehr viel Macht hatte. Und auch teilweise über die Staaten geherrscht hat. Und dann steht, dass dann am Ende dieser Zeit, sie versuchen werden, sich zusammenzubinden, um ein neues Weltreich aufzurichten. Und in der Situation stehen wir heute. Das heißt, dass alle die Weltreiche gekommen sind, wie Gott es gesagt hat, und wir heute in der Zeit sind, der geteilten Reiche. Und die Frage ist, was kommt dann? Was ist das Nächste, was wir zu erwarten haben? Noch ein Weltreich? Nein. Die Bibel sagt, Daniel sagt, der Stein kommt. Und er trifft das Bild an den Füßen und zerschlägt und zerstört das ganze Bild. Das heißt, das ist erstmal ein Weltende. Ja? Die Bibel sagt, diese Welt wird zu Ende gehen. Und der Stein, der das Bild trifft, an den Füßen nämlich, in der Zeit, wo wir heute leben, ist ein Symbol, sagt Daniel, für das Reich Gottes. Gott wird sein Reich aufrichten. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass das dann geschehen wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Jesus hat versprochen, dass er gesagt hat, ich werde hingehen in den Himmel zu meinem Vater und dann werde ich wiederkommen. Und das ist genau das, was Gott vorausgesagt hat. Wir haben nichts mehr Neues zu erwarten, sondern wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und weil alles genau sich erfüllt hat, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, die geteilten Reiche, glaube ich auch, dass das Letzte, was Gott gesagt hat, sich auch erfüllen wird. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie kann ich dabei sein? Wie kann ich, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, Teil dieses Reiches sein? Über dieses Thema werden wir uns bei einem weiteren Thema unterhalten, wenn es wieder heißt, auf den Punkt gebracht, die Bibel in zehn Minuten. Grunder von dem Noah und dem Noah раб und dem ja das um der